Was ist eigentlich ein Rosenholzstäbchen? Das hier ist ein Rosenholzstäbchen. Ja, wozu sind die Dinger eigentlich da? Sie dienen hauptsächlich dazu, um Nagelhaut zurückzuschieben. Ich habe jetzt hier eins von DM mir organisiert. Das hat auf der anderen Seite noch so eine Art kleine Pfeile. Finde ich ganz praktisch, ehrlich gesagt. Ansonsten gibt es die Dinger in gut sortierten Nagelshops in der doppelten Länge. An der Spitze sind die leicht angeschrägt, damit ihr die Nagelhaut besser zurückschieben könnt. Zu Hygiene kann ich nur sagen, das sind Wegwerfprodukte. Also nach jedem Kunden definitiv wegwerfen. Das Ganze ist aus Holz. Daher kann sich da auch gerne mal ein Bakterium reinsetzen. Deshalb definitiv wegschmeißen nach jedem Kunden. Ich persönlich in meiner Studiozeit hatte kein Rosenholzstäbchen. Ich hatte immer eine Art Metallbesteck. Das konnte ich immer desinfizieren und brauchte auch keine neuen kaufen oder irgendwas wegschmeißen. Deshalb organisiert euch lieber ein Metallbesteck, womit ihr dann die Nagelhaut zurückschieben könnt. Aber nicht nur eine Nagelhaut könnt ihr damit zurückschieben. Ihr könnt auch kleine Applikationen wie Steine auf den Nagel aufbringen. Gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, damit ich auch weiß, dass es euch gefallen hat. Ansonsten könnt ihr das Ganze hier oben abonnieren und hier unten geht es zu meinen anderen Videos. Bis dann, euer Chris. Bis dann, euer Chris.